Dies endet allerdings tragisch, indem ihre Autos explodieren und beide für tot erklärt werden. Äh, Frage. Bitte hebt euch Fragen bis zum Schluss auf. Die Explosion in Moos Auto wird nur durch eine direkte Frontalkollision mit Bens Auto ausgelöst. Dieser Schleudersitz bringt Mo rechtzeitig raus und sie landet mit ihrem Fallschirm in Sicherheit. Glaubst du nicht, dass irgendjemand sieht, wie sie aus dem Wagen fliegt? Nein, alle werden nur auf dich gucken, wie du in Flammen stehst. Ja, das ist eine weitere Frage, die ich hab. Wenn dein Wagen explodiert, wirst du brennend herausklettern und im Stadion rumrennen und so das Publikum ablenken. In deinem süßen kleinen Asbestanzug, versteht sich. Toller Plan. In Ordnung, dann wollen wir euch Schätzchen mal in die Luft jagen. Schmeißt eure Hotdogs weg, denn hier im Corley Motors Smashatorium wird es langsam Zeit für den ultimativ blutrünstigen und gewalttätigen Demolition-Derby-Amateur-Marathon. Und jetzt stelle ich euch unsere Gladiatoren vor. Diese geheimnisvoll aussehende Figur mit der Kapuze wollte uns ihren wahren Namen nicht verraten. Er zieht es vor, der unbekannte Rächer genannt zu werden. Und für uns geht das völlig in Ordnung, nicht wahr, Leute? Oh, ich schäme mich wirklich für die beiden. Wen wollen die mit diesen erbärmlichen Verkleidungen denn täuschen? Und direkt neben ihm ist noch ein Newcomer. Gebt mir einen riesigen Smashatorium-Applaus für die Prinzessin der Zerstörung. Doreen Schmolle! Also los, Jungs. Macht sie fertig. Und gerade im Moment haben wir noch einen allerletzten Zugang für die Show. Die König-Rosine verpackt, bekannt als die Bum-Bum-Brüder! Versuch jetzt mal abzuhauen, Mopammer. Also dann, seid ihr bereit für ein rückwärtsloses Rennen? Seid ihr bereit für unnötig schweizsame Zerstörung? Lass uns den munitions-Derby anfangen! Warte, Mo. Ich komme schon. Der Wagen ist verrengt, als ich drauf gelandet bin. Sieht aus, als hätten die Jungs ein Glas schaden. Was machst du denn? Komm hier rüber und ramme! Pass auf die Bum-Bum-Brüder auf, Mo. Okay, Bum-Bum-Brüder. Eure Zeit ist vorbei. Idioten! Okay, Mo. Zeit fürs große Finale. Mach schon! Das ist eine Explosion! Ich kann auch keine Überliebenden... Moment! Was ist das? Ben, hör auf, hier den Clown zu spielen und sorge für Ablenkung. Ich bin die Ablenkung. Nimm's nicht persönlich, aber wir brauchen mehr Ablenkung. Das Motorrad wird bewahrt. Wen interessiert das Motorrad? Mo findet es wichtig, dass wir nicht ohne hier weggehen. In Ordnung. Ich sehe zu, was ich tun kann. Aber mir wird's schon unter den Fingern gehen. Leute, sieht so aus, als würde die Party ein bisschen außer Kontrolle geraten. Das Stadion scheint Feuer zu fangen. Aber bleibt einfach alle ruhig und... Ah, ihr habt recht. Das Derby ist vorbei. End um euer Leben. Na, endlich. Und jetzt zerquetscht dieses Glühwürmchen, solange es noch leuchtet. Sieh nur, wie er läuft. Endlich haben wir ihn erwischt, Boulis. Das bedeutet, Ribburger wird uns jetzt zu Direktoren machen müssen, wie er es versprochen hat. Und außerdem muss er jedem von uns 10.000 Aktien geben. Hm. Seltsamer Geruch. Was ist das, die Temperaturanzeige? Nun, andererseits habe ich gerade 20.000 Aktien zusätzlich bekommen. Zeit für die Aktionärsversammlung. Wo ist die Hardtail? Auf dem Boden verteilt, Mr. Recher. Was? Wo ist die tiefsentimentale Verbundenheit zum alten Motorrad deines Vaters geblieben? Ben, es ist nur ein Motorrad. In einer halben Stunde habe ich das wieder zusammengesetzt. Natürlich vorausgesetzt, ich finde diesen Schlüssel. Von was für einem Schlüssel redest du? Der Schlüssel zum Safe von meinem Dad. Ich erinnere mich, dass er ihn irgendwo an seinem Motorrad versteckt hielt. Was ist so wichtiges in dem Safe? Das Testament meines Dads. Ich hoffe, dass er endlich die Wahrheit über mich erzählt. Warum hat er dich all die Jahre immer geheim gehalten? Er wollte nicht, dass die Leute das mit meiner Mom rauskriegen. Was ist so schlimm mit Mrs. Corley? Sie war nicht meine Mom. Ah. Mir geht es übrigens gut. Danke der Nachfrage. Aha. Großartig. Hier, nimm die Fotos. Ich will sie nicht. Zeig sie jemanden wichtig, wenn du Gelegenheit dazu hast. Die Corley Motors Fabrik. Geheiligter Boden. Hinter der Fabrik ist ein geheimer Eingang, der direkt in Dads Büro führt. Er hat mich immer heimlich reingeschmuggelt, damit ich ihm bei den Motorradentwürfen helfen konnte. Als er zu alt wurde, um die ganze Arbeit selber zu machen? Nein, da war ich erst sechs. Dad wusste genau, wohin man treten muss. Aber ich erinnere mich an diesen großen Riss in der Wand. Seht euch an, wie das Stadion brennt. Das wird ein Loch in die Pensionskasse reißen. Ein Tonband. Ich hoffe, das ist Corleys Testament. Das ist das Testament. Sieht aus, als hätte die Versammlung begonnen. War nicht nur ein inspirierender Arbeitgeber, sondern auch ein großartiger Freund. Sein Verlust trifft uns alle schwer. Malcolm und ich sprachen oft über die Zukunft. Wir sprachen über den Tag, an dem Corley Motors jenseits seiner bescheidenen Anfänge den Schritt in ein neues Zeitalter der Fahrzeugtechnik machen würde. Und obwohl ihn sein tragischer Tod schneller von uns nahm, als irgendjemand erwarten konnte, Malcolm Corleys Traum bleibt lebendig. Und in seinem Gedenken werde ich diesen Traum weiterführen. Meine Damen und Herren, ich freue mich Ihnen, die Zukunft Corley Motors zu präsentieren. Den Corley Klein. Corley hatte recht. Allerdings hatte ich niemals davon geträumt, es würde tatsächlich zu Kleinbussen kommen. Was Sie hier direkt vor sich sehen, ist meine Vision für Corley Motors. Oh, perfekt. Das ist eine Katastrophe. Was Sie nicht sagen. Wir haben hier einen größeren Maschinenausfall. Warum erzählen Sie nicht einen Witz oder sowas? Das ist diese Katastrophe. protok